Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer täglichen Dosis Ikea. Also gut, fangen wir an. Als erstes haben wir den Zitrusgröder Pflanzentopf für 35 Euro. Ich liebe große Pflanzgefäße wegen ihrer Vielseitigkeit. Egal, ob Sie mehr Platz für Ihre grünen Freunde brauchen oder eine Raum-in-Raum-Lösung schaffen wollen, diese Pflanzentöpfe eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Für alle, die bei der Arbeit aktiv bleiben wollen, ist der Rodolf Schreibtischständer für 400 Euro ein echter Knaller. Mit der Möglichkeit, per Knopfdruck zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln, ist er eine Wohltat für Körper und Geist während langer Arbeitszeiten. Kommen wir nun zur Lovemanet Work Lampy für nur 12 Euro. Ich bin ein großer Fan dieser hübschen Lampe mit einem drehbaren Kopf. Sie ist vielseitig genug, um Ihr Buch, Ihre Zeitschrift oder Ihren Arbeitsbereich zu jeder Tages- und Nachtzeit zu beleuchten. Für einen Hauch von Nostalgie mit einem modernen Twist ist die Askmuller Tischlampe für 20 Euro ein echter Charmeur. Sie bietet die Wärme einer Kerosinlampe, aber mit einer sichtbaren Glühbirne, die wie eine echte Kerzenflamme aussieht. Mit dem eingebauten Dimmer können Sie die Stimmung genau richtig einstellen. Der Flitter-Küchenwagen für 300 Euro ist eine fantastische Ergänzung für zusätzlichen Stauraum in Ihrer Küche. Er ist nicht nur praktisch, sondern verleiht Ihrem kulinarischen Raum auch einen stillvollen Touch. Der Rian-Beistelltisch für 250 Euro ist ein vielseitiges Möbelstück. Sein Design macht es einfach, ihn zu platzieren, und er passt zu verschiedenen Bedürfnissen und lässt sich mühelos mit anderen Möbeln kombinieren. Wenn Sie sich für Recycling und Nachhaltigkeit interessieren, ist der Halber Mülleimer mit Deckel für 3,99 Euro ein guter Anfang. Er ist Teil der Halber-Serie, die Ihnen hilft, verschiedene Materialien in verschiedene Behälter zu sortieren und so einen einfachen Schritt zu tun, um Abfällen ein neues Leben zu geben. Das Uebonas Wandregal mit Saugnap für 7 Euro bietet Stauraum, ohne dass man Löcher bohren muss. Das schlichte Design mit abgerundeten Ecken und einem holzigen graugrünen Farbton schafft einen ruhigen und modernen Ausdruck in jedem Raum. Für einen Hauch von Wärme und Originalität in Ihrer Küche ist die Tornbiken Rindsputeile für 60 Euro die perfekte Ergänzung. Sie ist sowohl praktisch als auch stillvoll und ergänzt Ihre Küche wunderbar. Der Froswie-Klappstuhl für 45 Euro ist eine gute Wahl für kleinere Wohnräume. Seine gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne machen ihn bequem und wenn es Zeit ist, aufzuräumen oder Platz für andere Aktivitäten zu schaffen, können Sie ihn einfach zusammenklappen und verstauen. Die Hauger 3 Schubladenkommode für 85 Euro ist unglaublich vielseitig. Sie können sie in Ihrem ganzen Haus verwenden, um alles von Handtüchern bis hin zu Kleidung aufzubewahren. Außerdem bietet die Oberseite einen großartigen Platz für eine Lampe oder eine Blume, was ihr einen charmanten Touch verleiht. Der Eke-Dahlenstuhl für 70 Euro ist eine stilvolle Ergänzung für jeden Essbereich. Die hohe, geschwungene Rückenlehne und der weiche, abnehmbare und waschbare Sitzbezug sorgen für ein angenehmes und entspanntes Essvergnügen. Der zeitlose Klassiker Clip & Love Seed 300 Euro ist seit den 1980er Jahren sehr beliebt. Er ist bequem, passt fast überall hin und bietet eine Vielzahl von Bezügen zur Auswahl. Er ist ein modernes und zeitloses Schmuckstück, das nie aus der Mode kommt. Die Honungsbar-Dekoschale für 15 Euro ist nicht nur ein praktischer Gegenstand, sondern auch ein stilvolles Stück Steinzeug. Sie ist perfekt für die Aufbewahrung von Schmuck, Münzen, Schlüsseln und Lippenstiften und verleiht ihrem Raum einen Hauch von Eleganz. Die Gratwiss-Dekoschale für 10 Euro besticht durch sanfte, gedeckte Farben, runde Formen und schöne Rillen. Sie bringt einen Hauch von Wärme in ihr Zuhause und eignet sich perfekt, um ihre Lieblingsdekorationen zu präsentieren oder einfach nur ihre Schönheit zu genießen. Der Grasaler Tisch für 80 Euro schließlich ist ein robustes und vielseitiges Möbelstück. Er bietet Platz für bis zu 4 Personen und eignet sich zum Essen, Arbeiten, Unterhalten oder Basteln. Kombinieren Sie ihn mit dem Grasaler Stuhl, um einen einladenden und koordinierten Look in Ihrem Raum zu schaffen. Ich hoffe, du findest diese Ikea-Produkte genauso faszinierend wie ich. Sie bieten nicht nur praktische Lösungen, sondern bringen auch Charme und Stil in ihre Wohnräume. Viel Spaß beim Einkaufen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!